Das klingt kein Treugang. Ah, sag ich doch. Ich weiß nicht, ob es da anliegen tut, aber ich würd mal sagen, dass oben mit den Solar-Panels funktioniert. Oder die linke Sau. Wollen wir sie rauslassen? Na, den lassen wir sie mal. Ey, ich hab euch freilassen. Vielleicht waren die so aggressiv hier. Die rennen hier mit dem Repair-Kit rum. Kommen sie bitte mit raus. Kommen sie mit dem Sitz. Ja, kommen sie. Nee, Quacken. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Survive Minikabin, der jetzt gerade die ganzen Hände abklappern will, weil er will zum Onkel Doc und vielleicht noch ein bisschen Eisen und so absnacken, ein bisschen Stahl und so. Ich brauch hier noch ein bisschen was für unsere Fallen. Ob uns das gefällt oder nicht. Das bringt ja nichts. Muss ja gemacht werden. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt hier rüber. Oder wir gehen jetzt hier da rüber. Gut, aber erstmal sagen wir, wir nehmen den hier. Der ist bei uns zu Hause. Die sind alle so weit entfernt. Das ist jetzt alles so gefällt mir nicht. Aber gut, macht ja nichts. Äh, macht schon was, aber bringt ja nichts. So, würde ich gerade sagen. Aber gut. So, ich muss gerade auch weiter da durch. Genau. Geh mal hier rum, Tankstelle mäßig. Denn da, denn... Ich habe nicht so das Gefühl, dass das zu Erfolgen führt. Aber wir haben ja Benzin. Aber wir haben ja Benzin. Aber keine Repair... ...Pakete oder so. Repair-Kits haben wir nicht. Gibt's nicht. Aber Benzin. Das haben wir. Damit muss ich schon da runter machen. Jupp. Da täten wir hin müssen. Das ist unser... Unser Hood. Müssen wir ja bei uns zu Hause vorbei. Hä? An unsere Hütte. Und den da hinten. Jaja, ist doch gut. Ich bin doch schon weg, Mensch. Hab dich mal nicht so. Können wir nämlich zu Hause gleich ein Repair-Kit mitnehmen. Mhm. Ein Wischibaschi. Das könnten wir tun. Oder das sollten wir tun. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell. Sonst fängt es wieder an zu kotzen. So, was sagen unsere Viecher? Die sind immer noch nöt. Irgendwann unser Eisengleichs. Können wir gleich mal kicken. Und Strom. Das klingt heute ein Treugang. Ja, sag ich doch. Ich weiß nicht, ob es da ranliegen tut. Aber ich würde mal sagen, das oben mit den Solar-Panels funktioniert. Oder das Ding ist auch. Das kann auch Sinn. So. Dann würde ich mal sagen, verbrauche eher Strom für Aluminium. Wohl. Kannst du schon Stahl hier stellen? Neu. Kannst du vier Stück? Der soll erstmal Aluminium machen. Scheiß drauf. Und mehr Eisen. Genau so machen wir das. Ne. Ich weiß was vergessen, Garmin. Wollte abnehmen. Hier reparieren mäßig und so. Da war da was. Hab ich. Aber da kann ich auch gleich hier rinschmeißen. Da. Da kommt das drin. Gut. Würde ich mal sagen. Wenn jetzt hier noch ein Hügel kommt oder so. So war ich erstmal vorbereitet. Geht zur Seite Sau. So. Bitte nicht rinrennen. Wann ist das ein Stein? Das sag ich euch. Hab ich gar nicht gesehen. Passt. Wackelt hat Luft. So. Medizin. Hab ich's doch gesagt. Hab ich's doch gesagt. Ich muss Sachen erstmal verkaufen. Ähm. Ähm. Jetzt ist nun die Frage. Wo war die Knifft da drinne? Da schon mal nicht. Ich glaube die war in so einem anderen Rucksack drinne gewesen. Ich glaube das war der. Ja. Und dann können die will er rinnen. So. Der muss weg. Erstmal. Entschuldigung. Einen Moment. Und der muss oben rücken. So. Moment. Aber ich will auch nochmal so. Ne. Der muss knifften. Keine Tiere. Naja. Gut. Also. Der wird da bestimmt nicht so viele für Knifften geben. Ja. Ja. Wird hinten und vorne nicht reichen. Reicht aber. Gut. Also. Medizin. Stufe. Kurz vor 3. Müsste mal sein. Ja. Wir haben schon 3. Stufe 4. Nein. So. Achso. Ich habe ja noch ein Messer gehabt. Ja. Das ist besser. So. Naja. Gut. Ähm. Dann können wir gleich hier looten. Weil ich brauche einen neuen Staff. Was werden wir tun. Den muss ich aber will er hier. hier runter. Naja. Ah. Ah. Da ist ja eine Scheune. Da ist bestimmt Stafft drinnen. Vielleicht stafftet ja für uns. Kniffte an Mann. Kniffte ohne Munition. Das reicht. So. Nichts. 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 Hier ist in Marvela gar nichts. Ja gar nichts. Nicht mal eine kleine. Kleine Geschenk oder so. So in der Richtung. Hau ab. Hau ab. Nimm das. Und geh. Gute geh alleine. Ja. Brauche ich nicht. Das ist ein Bär. Oder? Das ist eine Sau. Erst habe ich gedacht. Hä? Zeit wann haben sie Elefanten? Ach. Schön. 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 Schön doof. Ich bin eigentlich abgeschmucht. Ich muss nämlich da lang. Da muss ich jetzt rüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eigentlich dahin wollten. Eigentlich. Merkst du den Unterschied? Jetzt bleibe ich auf der Straße. Siehste. Und in den Krankenhaus wollte ich. Siehste? Nee, nee, nee. Das ist eine Vorahnung. Weil ich hatte gesagt. Ihr habt ins Krankenhaus. Wollt mal so oder so machen. Das machen wir nämlich jetzt ja. Dann haben wir das nämlich hoch hinter uns. War hier nicht ein Krabbeler hoch gewesen? Das werden wir gleich raus haben. Da geht doch schon. Alter, ich habe echt Angst, dass das irgendwann mal hier so Puff macht. Drei Autos. Die stapeln sich schon hier. Es gibt eine Mordsexplosion. Jetzt sage ich euch. Das ist kein Krabbeler. Ich werde mal kurz versuchen, hier so ein bisschen zu locken. Aber bis jetzt ist noch nichts so richtig gelockt. Die machen bloß eh nur Fampelmann. Es dauert. Von hinten kommt nichts. Sag mal, kriegen die die Töne auf? Die haben sich auch schon mal mehr Mühe geben. Ich muss ab und zu mal ziehen. Sparier. Gut, ich geh mal ein bisschen näher. Das ist das. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, der Loot. Sind immer noch die draußen. Na. Gut. Wollen wir sie rauslassen? Na, den lassen wir sie mal, wa? Ey, ich habe euch freilassen. Vielleicht mal nicht so aggressiv hier. Dann bitte alle nach und nach. Ja. Na, so nicht, Fräulein. So nicht. Der ist nur Johnny tot. Spagat! Der hat's drauf. Der ist total jelenkig, der Junge. Oder ist die nächste Tür? Oder ist die nächste Tür? Alter, das wird nicht wehen, ja, wa? Nee, nee. Das war der Panikschuss. Aber ich glaube, die haben die Tür endlich auf. Irgendwas sagt mir das. Ich wollte doch bloß mal zum Onkel Dock. Nur eh mal durchschicken lassen. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist ja nie, was die haben. Schön, dass wir noch ja nie drin sind hier. Oh. Hört da nicht? Da das ein Zeichen, das man nie hören möchte. Was? Wer klopft? Junge, lass los! Geh doch mal! Mich! Da taucht der einfach. Ist denn der total knatscht? Gut, ich bin verrückt. Damit hätte ich rechnen müssen. 16 Schuss? 0, 0. Ich renne hier mit dem Repair-Kit rum. Kommen Sie bitte mit raus. Kommen Sie bitte mit. Ja, kommen Sie. Nee, quacken. Alter, ich habe eindeutig zu wenig Munition. Beide sollten mal ein bisschen reinziehen. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Das Problem ist jetzt, kann ich nicht am Auto ran gehen, was? Ach, ich gehe schon wieder looten mit einem vollen Inventar. Mensch, das ist ja mal wieder typisch. Hallo? Hallo? Achso. Achso, ich muss ja mal von vorne ran. Also. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit Munition. Ist bestimmt verschreibungspflichtig. Gut. Das ist Fake. Ich kriege Miloziehen im Krankenhaus. Das war das ja mal Wahnsinn. also irgendwie finde ich den Loot nicht sortiert in diesem Spiel. Ich sehe bloß noch, dass ich irgendeine Waffe finde oder sowas. Das ist schon mal okay. Gut, ich beschwere mich jetzt nicht über Munition, ne? Da sollte ich der Letzte sein, der sich darüber beschwert. Bei denen verschleißt ich nicht ab. Ich muss wenigstens noch so viele haben, dass ich auch wenn die jetzt will, äh, Klammer. Wenn die jetzt auftauchen, dass ich mich rausballern kann. Was ein bisschen schwierig werden kann. Ich kürze mich schon wieder. Es ist still. Ich mag diese Stille. Aber wie gesagt, ehrlich gedacht, ich habe jetzt eben mit so einem Dude gerechnet. So ein Krabbler. Das finde ich hier nicht nix. Ich muss mich auch ab und zu mal dran gewöhnen, dass ich hier so mal auf den Boden gucke, ne? Also... Das sollte ich machen. Übrigens, ich kann auch Ditte hier reinschmeißen. Ich brauche sowas zwar, aber... jetzt grad nicht. Da bräuchte ich eher sowas. Ich glaube, da ist schon der Nächste. Kann jeder hat. Er muss sich gedulden. Oh, war zum Essen. Das ist aber mal gut. Stimmt jetzt in dem Moment, wo ihn ankommt. Geht auch nicht. Ich wollte jetzt grad sagen. Na gut, ich könnte auch zumachen. So werde ich wenigstens nie erschreckt. Na gut, jetzt schaffen sie so oder so. Weil zum Bleichstift, wenn jetzt so ein Krabbler drin kommen tut, dann würde ich jetzt erstmal maximal dumm aus der Wäsche gucken. Und quasi wie die, die die gerade hier so... Oh, Kaffee. Ich hab ja schon lange nicht mehr Kaffee gehabt. Ist das denn der Jude? Der Jude-Kaffee-Harg? Entschuldigung. So. Leider ist das die falsche Munitionsspiel. Ich wusste ja nicht, ob sie... Moment mal. Da ist ja noch was. Ich habe ja ganz vergessen. Also, fertig. Da habe ich ja auch noch Munition. Stimmt ja. Oh, ne. Oh, ich nicht. Also, eigentlich bräuchte ich aber was zum Verkaufen, ne? Kaffee. Hulle kark, den Zweischuss mehr. Das hier nur dasselbe Krankenhaus, wa? Nur ein bisschen anders gemacht. Ganz klein bisschen anders. Aber das ist genau das von Dings hier. Night of the Dead. Der Krankenhaus. Naja, hier gut war es. Bestellte. Bestellkatalog. Man kennt das. Bestellkatalog für Spiele. Ja, aber das ist jetzt nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Aber es ist schon mal gut. Also wenn wir irgendwann mal Meduzin bräuchten oder so, war logisch, dass das Tier drin ist. Hä, wie geht denn der Schrank? Wo ist das, dem wir sehen? Guck mal an der Seite. Was? Ich glaube mal, dass die Animation so nicht so ganz stimmt. So eine Türanimation für Spieleben, das ist, äh, das sollte so nicht sein. Aber das ist eine Kleinigkeit. So, ich würde mal sagen, hier, ja gut, ich gehe hier wieder raus. So, ich könnte zwar, wie gesagt, nur eine Weile machen oder so. Aber ich brauche ja eigentlich stuff ein paar Kurven und ich glaube nicht, dass ich hier sowas finde. Nee. 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 Irgendwann kommen wir mal hier wieder zurück. Find mir mal ja ein Schlecht. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich Munition einpacken muss. Und nicht bloß ein, zwei Schuss. Obwohl das jetzt nicht erklärt ist. Das sieht ganz clear aus. Passt auch gleich in den Hintergrund unser Auto. So, buf. Okay, mir eine kurze Hose anziehen können, wa? Naja, gut. Jetzt brauche ich das noch nicht. Jetzt habe ich ihn voll geschmattert. Mit Blatt. Sauerei. Ich glaube, ich habe wohl eh eine so eine Seite mal bei mir lassen, wa? In der Zilligen. Das brauche ich nämlich. Weil es immer Rad auf Rad kommt. Und eh mal so ein paar Kilometer. So, naja, gut. Also, Mediozin-mäßig können wir auch schon wieder mal aufrischen hier alles. Also, unseren Schrank. Da muss man überlegen. Wenn du das ganze Krankenhaus leer räumtust. Ja, brauchst du jetzt mal eine Weile noch mehr. Wie soll ich jetzt mal sagen? So, das haben wir, das haben wir. Na, jetzt hast du an die Küste. Wie gesagt, fahren wir nochmal zurück und dann fahren wir diese Tour. Ich glaube, da... Ja, da kriegen wir eben halt Picken und all das Wort, ne? Glaub ich. Da hat man nämlich das Problem mit unseren Fallen erstmal gelöst. Boah, ne? Na, warten Sie mal. Das wird mal jetzt machen. Das ist die nämlich gerade. Also, Auto-Töv-Töv. So. Mehr Platz in den Inventar und zweitens kann mir einen größeren Schaden leisten. Ich sollte es nicht machen, aber ein bisschen. So. Sehr viele Zombies. Die Zombösen. Oh, vielleicht ist da eine Knarre drin, die ich jetzt brauche. Oder sowas. Naja, wir können ja mal gucken. Vielleicht kommen wir ja da ran, ohne Rambazama zu machen. Oh! Junge, den hab ich gar nicht gesehen. Gehen. Keine Munition. Clevere Dude. Dutschen. Er hat sich eh angeschlägt, der Penner. kann sich vielleicht erst mal waschen. Für mich schmutzig. Achso, hier. Ja, 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 gut. Ja, vielleicht kann ich ja sowas verkaufen. Drehen will ich jetzt nicht. Habe ich genug hoch zu Hause. Da habe ich jetzt eh ins W-Stück von gebraucht. Das kann ich mitnehmen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Die Batterie nicht. Da wissen wir ja, wie gesagt, wo wir bessere kreieren. Und ich habe noch nicht mal die Ine gebaut. Die Zwieter, warte ich gesagt. Ach, ich satt. Mit. Nehmen wir mit. Es ist Apokalypse. Hallo. Und nur weil für Hunde ist es nicht schlecht. Ja. Vielleicht ein bisschen knochig drinnen und so, aber sonst ist es doch gut. So. Wichiwaschi machen. Schöne Blut weg und putzen. Ja, hier doch. Bin zwar noch nie ausgeruht, aber so kann es doch weitergehen. oder so wird das weitergehen. Haha. Wer ist denn immer wieder? Seit die Apokalypse ist. Wo ist die alleine? Trausame Welt. So. Gut. Also. Die nächste. Da müsste eine Karre stehen. Und da müssen wir eine Bremsung machen. Genau. Hier ist. Wie gesagt, schön seitlich trainieren und weniger Stress haben. Gibt es auch schon wieder so ein Dingsauto? Naja, dann doch nicht. Okay. da. Ihr bleibt schön da. Und ich gehe mal kurz rin. Oh, ich hasse das, dass ich da nie durchrufen kann. Da siehst du, da kommt schon unser erster Kunde. Mach nicht so eine Message. Alter, von da hinten hat er das gehört. Von da hinten. Ich finde immer lustig, wie die an die Rand kommen. Total putzig. Ja, da passe ich doch voll durch. Warte, du fährst mit der Karre an. Nein. Ist hier jetzt meine Karre dran? Nee, der ist zurückgelaufen. Gut. Der hatte Interesse verloren. Dietricher? Ah, wie gesagt. Jetzt kann ich eigentlich erstmal kicken, auf jeden Fall das Zeug. Zum Beispiel Öl. Nein, ich wollte auch kein Öl. Das ist alles nicht das, was ich wollte. Das wollte ich nicht. Warum nicht mehr da? Das klingt mir doch keiner zu. Mensch, ich will Maschinen haben. Äh, ich möchte Werkzeug haben. Oder Öl. Gut. Ah, siehste. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Unser erster Glücksgriff. Aber ist Glubik-Eisen. Aber ist nie so schlimm. Kann das sein, dass ich nichts gekriegt habe? Doch, Clean-Schrott Glubik, ne? Ich habe jetzt nicht drauf gedacht, dass ich Glubik habe kleine Eisenfragmente gekriegt. Wie gesagt, ob ich, obwohl ich das auch verkaufen könnte, ne? Wegen Meduzin und so. Oh, das werde ich mal verkaufen. Weil ich glaube, das nimmt dann mich. Und wenn nicht, dann werden wir es schnell noch rausfinden. Ja, das darf ich nie wehlerisch sein. Dann muss ich das auch nehmen. Brauche ich hinten nicht für. Oder ich nehme die Karo und fahre hier hin. Diese Möglichkeit wird auch noch bestehen. Und ich glaube, ich würde es so einen kreieren. Ah ja, du mich auch. Ist das ein Schaf, oder was? Warum kriegst du keinen Schaden? Wenn ich hier runterspringen würde, ich würde mir die alle Haxen brechen. Gut, dann muss ich da irgendwie hier hinfahren. Ah, da hinten rum. Ich mach mal kurz hier und seh an, dass ich auch den Stein sehe, der vor mir steht. Gut, nicht, dass ich mich schon wieder aufbrocke. Ich komm mal ja hin. Naja, gut. War klar, dass ich nicht rinkomme. Aber vielleicht komm ich da ein bisschen so Schramm. Nee, das ist kein Schramm. Das ist weit weg vom Schramm. Hallo, sie. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich muss mal kurz hier durch. Ich will ein bisschen Stuff mitnehmen. Nur ich bin zu voll, um zu laufen. Die kommen auch da nie durch, wa? Scheißen, Dreck. Oder ich fahr hier rum. Und wehe, der Krabbeler ist jetzt da. Nur weil ich mit dem Auto hier durch die Gegend kutschiere. Dann rast ich aus. Dann rast ich aus. Dann rast ich aus. Im Spiel, mein Dreck. Der enttötigt Zombies. Oh, die Hohn, ich muss mal kurz hier durch. Ja. Tut mir leid. Ich wollte mich stören. Aber es muss hin. Oh, jetzt kommt die Hohnung da lang. Die Pupskuh. Die Alte. Ah, siehste. Ja, kein Problem. Muss ich die bloß noch abmoksen. So. Sind wir denn bereit? Die sind nicht. Noch sechs sind ich. Gut. Ich hab auch keine Lust, 20 Stunden zu warten. Ach so. Ach so. So. Nee, das ist der Falsche. Aber kann ja mal passieren. Lo, 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 lo. Schön, dass ich so viel Essen mit bei habe und kann das denn wahrscheinlich nachher wegschmeißen, weil es zu lange dauert. Wird wahrscheinlich so passieren. so. Was haben wir da? Hat's wie so ein Paket, wie ihr sagt. Wenn das genau, das ist, was ich brauche, Um das Level zu schaffen, ja, krankenmäßig, dann nehme ich das mit. Dann ist es dem Teil so. Mein Rucksack ist voll. Der nächste. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Die haben wirklich den Dings verloren, den Fahnen. Also normalerweise müssten sie auch im Dach gehen. Aber ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Ich beschwere das aus. Oh, wie gesagt. Das brauche ich ja so oder so. Ich glaube, ich werde demnächst mehr Strom kriegen. Aber sowas von... Nice. Wenn die jetzt kommen, dann bin ich ungehalten. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Nee, passt. Gut, dann mache ich dazu und dann passt es. Auf jeden Fall hat es sich schon mal wieder gelohnt. Es war nicht auf Arzt Seite mäßig, aber... Aber... Ich habe Strom mehr. So eventuell bald. Oh, Pusten. Oh, Moment mal, das schmeiße ich so rein. Da haben wir ja noch Platz. Das wäre natürlich geil. Sehr nett, wenn ich jetzt einen Rucksack finden würde. Das würde die Sache ein bisschen einfacher machen. Für mich. Ja, vielleicht finde ich noch eins. Oh, so bräuchte ich auch. Ja, aber nicht so oft. Aber gut, jetzt weiß ich ja, wo ich zu finden ist. Hier sagt Benzin nicht immer. Warum kann ich da nicht hochspringen? Kletternäßig. Ach so. Jetzt ist Begeber. Verkaufen. Eisen. Hä? Ich habe doch ein bisschen gewählt gehabt. Bin jetzt sicher, dass ich auf 4 gerückt habe. Ja, wie gesagt. Rezepte verkaufen, die Pakete verkaufen, wenn geht. Und der Strom mit nach Hause nehmen. Passt. Ich bin verzippt. Moment mal, was sind denn für welche? 50. 300. 200. Oh, ich habe so ja eh ein 300er bekommen. Wenn ich natürlich jetzt noch bessere finden würde, dann würde ich natürlich hier anfangen auszusortieren, ne? 0 oder Beste vom Besten, der Besten, der Besten. Ich habe... Ich habe... Brauche ich nichts. Ah, so groß. Da kommen dann die durch. Ich bin sehr massiv. Ich nehme bloß noch. Jetzt habe ich die Wahl der Qual. Ich muss nie alle mitnehmen. Hier, wir haben die Nacht überstanden übrigens, ne? Warte, die ganze Eisen, ne? Aber... Ihr sagt, das ist jetzt nicht unser... Ductus. Das ist nicht das, was ich nämlich haben will. Gut. Das interessiert uns auch nicht. Die Lehre interessiert uns auch nicht. Nö. Na gut. Mal sagen, wir werden trotzdem schon... Ups. Wir werden es trotzdem mal riskieren in Richtung Kennenlaber. Ja, zurück. Mit den es darf man jetzt ja schon haben. Oh. Bin ich beschucke? Wo war denn jetzt mit den Büchern? Verkaufen. Tartiktoe gesagt haben. Und die Klobe, das bringt so ja mehr als hier Werkzeugkisten. Oh, das wird ein Reinfall, wenn das nicht so ist. Das wird ein Reinfall. Ab zum Auto. Da seht ihr. Wir haben nämlich bloß das Symbol da. Der Rucksack bleibt nämlich immer da liegen. Also, falls ihr den mal suchen solltet, äh, wurde ja auch schon mal drauf nachgefragt. Er hat drauf angefragt. Er ist immer da, wo er ihn liegen gelassen hat. Quasi. Oder beziehungsweise, wo er ihn versucht hat, anzugeben. So. Genau. Na gut. Dann düsen wir mal, wa? Düse, 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 düse in Sause-Schritt. Auch wenn das jetzt nicht so aussieht. Mit meinem Himmelsritt und so. Ach, reicht schon. Ops, sorry, ich kann wieder rennen. Wenn was ist. So. Ab zum Händler. Ich hab gedacht, die rennen uns hinterher und machen uns das Leben schwer. Aber zwei Meter schon. Ich weiß nicht, wo der Lanky los ist. Ach, ich lass es sein. Der interessiert uns nicht mehr. Oder die... Ich hab ne Befürchtung. Es würde mich nicht wundern, wenn die jetzt versucht haben, so lang zu laufen. Oh. Eh. Eh. Normalerweise müsste noch ein... ein A dran stehen bei mir. Fahrenmäßig. Aber gut. Jeder so gut wie er kann. So. Ups. Das ist jetzt der kürzeste Weg. Äh, so dann. Und im nächsten will er hoch. Ich hoffe, dass es jetzt reicht, weil ich habe. Dass es genau so ist, wie ich mir denke. Dass es ein Bücherfreund ist. Weil Waffen und Bücher passt unbedingt zusammen. und dann. Und dann. Ey, dann hätten wir wirklich alle geschafft. Wir hätten Medozi mit bei. Wir haben neue Solarpanels. Wir haben Eisen. Naja, nicht so viel Eisen. Aber wir haben die Rezepte hochgeknallt. So weit wie ging. Bis auf die Gärtner. Das müssen wir alleine lernen. Wie gesagt. Verstehe ich auch noch nie so ganz, warum das so ist. Das ist wirklich. Dass du alles quasi oder fast alles lernen kannst bis zum Medneme. Aber Gärtner los bis Stufe 4. Und vor allen Dingen Medizin kannst du bis 5. Aber Gärtner bis Nee. Ach, naja. Nee. Ich würde eigentlich sagen, dass halt Bede wichtig ist in der Apokalypse. Du willst was essen und krank werden willst ja auch nicht, ne? Würde ich jetzt erst mal so sagen. Also ich könnte nichts von Beden so aufwiegen. So das eine, ja das andere, nee. Märzname ist scheiße. Kann ich mir vorstellen. Zähne. Da habe ich mir aber mehr hier vorgestellt. Naja, gut. Kommt ja auch drauf an, was du für Bücher hast. Siehste? Da gibt es Bücher, die sind Gold wert und es gibt auch Schrottbücher. Nächsten. Ah ja, zum Glück, wir haben ja eh zwei Stück da. Parkhofen. Mitozin. Und, ach du Scheiße, das ist jetzt die letzte Stufe. Also vierer Stufe haben wir jetzt auch schon Mitozin. Nein. Nein. Ich will verkaufen. Oder ich muss verkaufen. Oh. Und nochmal. Ach, da habe ich mir nicht mehr gedacht. Die letzte Stufe, die ist immer so extrem teuer. Aber wir haben ja nur genug da. Nee, das will ich ja nicht verkaufen. Das hätte ich nicht vorgehabt haben. Ach so, wie siehst du, dann kann ich ja gleich mal die Benzin rauspacken hier. Das ist die Mitozin, die will ich auch nicht verkaufen. Müssten die Solarpanels sein, ne? Einfach mal Fress halten. Ach. Ich habe Batterien für dich. Die sind richtig Knorkel. Die sind ja wirklich Knorkel. Dreh mal. Nee. Wir haben Mitozin auf Stufe 5. Yippie, jay, jay. Das heißt, wir können jetzt, ja, also Mitozin können wir jetzt durchballern. Also, hier. Aber dann muss ich das ganze Zeug fahren mal und so. Stahlbarn 3, ja, das krieg ich zusammen Medizinstufe 4, das war ja klar, aber das hier so, zack, 5, 5, 5. War das? Ich hatte noch irgendwas gehabt, für was ich das brauchte. Oder auch nicht. Ich weiß das nicht. Möglich. Das müssen wir auch noch machen. Aber das wäre jetzt ja auch denn demnächst wichtig. Das müssen wir denn demnächst machen. Kupferwaren, das krieg auch Hülsen, das haben wir ja, das habe ich ja tausendfach. Dann müssen wir das herstellen. Ja, doch, 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 das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Dann würde ich mal sagen, ich packe mal den ganzen Schmuh ein und würde sagen, ich verfrachte uns schon mal nach Hause, aber sind mich ins Bimeter. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut. Tschüss.